Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Tests. Diesmal teste ich There Is No Game. Ich wurde auf dieses Spiel aufmerksam gemacht vor kurzem und das Wichtige ist natürlich, es ist kein Spiel. Der Name ist hier Programm, There Is No Game. Das Ganze gibt es auf Newgrounds, den Link gibt es unten in der Beschreibung. Und ja, es gibt es offensichtlich auch auf Französisch, aber ich schaue mir das Ganze natürlich auf Englisch an, damit wir wenigstens etwas verstehen. Es ist kein Spiel bei Kamisoto, also von Kamisoto und es wurde wahrscheinlich nicht mit Construct 2 erstellt. There Is No Game. Da ist kein Spiel. Ich werde versuchen, das meiste zu übersetzen, aber... Hallo, User. Hallo. Ich habe schlechte Nachrichten. Wieder ist kein Spiel. Enttäuscht? Wieso? Ich soll jetzt Fernsehen oder rausgehen? Es kann ich lesen. Kein Geld zurück. Nein, es ist kein Spiel. Kein Spiel. Es hat nichts zu tun mit dem Spiel. Nicht mal drehen. Es ist nur ein massives Package von Bordem. Riesenladung Langeweile. Okay, und jetzt? Da gibt es nichts zu tun, na gut. Jetzt soll ich ihn alleine lassen, na toll. Der Titel. Goodbye. Oh, und bitte. Do not touch the title. It's not quite dry yet. Den Titel. Especially the letter O. Oh. What have you done? You've just ruined the title. Put it back. Put the letter back. Ja, ja, ich packe ihn wieder zurück. Das ist ja... Come on. Der hält aber nicht. Ah, never mind. I will fix it next time someone will watch the game. The non-game. Das nicht. No game here. Ja, ja, ich habe schon verstanden. No game. Aber da... Da fällt was. Ah, gleich fällt's. Komm schon. Ah. Seriously. Are you going to break everything? Oh, wenn ich kann. Oh, no reason to use that icon. As you were... Oh, that touched that. That... That was horrible. I am a voice, you know. Yeah. And a speechless voice is like... Death. Ja, wenn ich ihn mute, dann ist das als wäre er tot. You're trying to kill me. Ja, absolut. Okay, then. As you love to click everywhere. What do you think about that? Denke ich schon noch. Ha, erwischt. Stop it now. I think we're good. Sorry. I had to use the sort of procedures, but... I had to. Er entschuldigt sich ständig dafür, dass er Mittel ergreifen muss, um... You're a stubborn as a hero. Ha, ha. Call Superman for that one. Just in case. A few krypton. Hm. Kryptonien gegen Superman exist. But as we're in a game... No, we're not. Wir sind nicht im Spiel. Nein, nein. Wir sind nicht im Spiel. You're still there? You're thinking about how to lift that big box on you? Ha. Ha, ha, ha. Yes, yes. Go on. Destroy my life. What a mess. Was ist das denn? I hope you will clean the place before living. Ich soll aufräumen, bevor ich gehe? Ja, gerade sollte... Wollte ich einfach so... Sollte ich einfach so gehen? Naja, gut. Das ist halt eine Schraube. Just what do you think you're doing here, sir? Ich schraube das hier auf. No. Don't look. Ha! It's private. There is... Ähm. There is a game. Ha, jetzt hab ich ihn. Oh, ein Spiel. Get out of here. Don't play, it's forbidden. If you break, do it, come. I don't want them to come. They can kill me, you know? Please. Stop beating the bricks! Haha. Der kommt auf Ideen, ey. I must find a way to stop you. Oh, I've got an idea. It will be harder now without the ball. Tja. Ha! That is no more funny. Natürlich, ist das funny. Nein, will ich nicht. I... I don't feel well. Ja, das ist dein Problem, Alter. I'm going to be sick. Er wird krank. Stink nicht so gut. Hoffentlich kotzt der mir jetzt nicht aufs Spiel. Oh, nein. Oh, nein. They are here. Wer denn? Glitches! Glitches! Glitches everywhere! Oh, nein! Glitches! Da links kommen sie! I told you to stop! You must find a way to get rid of them. Oh, this is a disaster. Now, how can I become a self-success with all that glitches? Think, think, think! What a developer will implement, well-sell a bugged creation. I see three possible things. Gorgeous armed hero girls. Oh. Or a ton of zombies and blood, of course. Or a goat. I don't know how, but try to find one of these three things. Kann ich noch den letzten Punkt erkriegen, bitte? Okay, 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 okay. Also, um das mal kurz zusammenzufassen. Sexy girls and zombies, okay. It's attractive, in a way. Ja. Zombies. Goats. Goats. I will never understand how a goat can attract users. It's probably a voodoo thing or something. Or it's related to the letters. T, O, A, and T. O, A, and T. Gold. Ha! A goat. Obviously, a creature's blood. Yeah. You must finally look. Okay. Ich glaube, da klingelt was. Ich kann nichts hier ziehen oder berühren oder sonst was, aber nicht nach da. Aber wie soll ich denn einen Schlüssel... Da ist der Knie! Nein, das fliegende Eichhörchen! Ich glaube, er hätte eine Kindheit gehabt. Na ja, das ist ein kleines Schlüssel. Wenn ich lebe, wäre es größer. Wie kannst du Wasser zu diesem Schlüssel bringen? Ja, brauchen wir dann noch mehr, ne? Ja, noch ein bisschen mehr Wasser. Ha! Yes! Los, hinterher! Das fliegen... Ah, das war eine Nuss, ne? Mit der Nuss? Kann ich bestimmt das Eichhörnchen ablenken. Nein, ich brauche etwas schweres, um die Nuss zu knacken. Das Eichhörnchen ist weg! Ja, ich weiß! Das Eichhörnchen ist weg! Das Eichhörnchen ist weg! Ja, ich weiß! Nein, das Eichhörnchen ist weg! 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 Mehr Menschen! Mehr Menschen! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht tot. Ich bin weg! Er lebt noch. Ich bin falsch! Es war eine schlechte Idee! Es war eine schlechte Idee! Except... mir! Ich bin sehr entschuldigt! Ich habe dich in Gefahr! Es ist alles meine Schuld! Bitte! Willst du mich entschuldigen? Na gut! Okay! Oh, wirklich? Was für eine gute Nachricht! Vielleicht... ...we können wir Freunde? Nein, nein! Nein, nein! Das stimmt! Wir werden schnell zusammenfassen! Warum? Weil... Wie gesagt... THERE IS NO GAME! THERE IS NO GAME! THERE IS NO GAME! Ein kurzes Wrap-up von mir, weil das am Ende unerträglich laut wurde. Das war... THERE IS NO GAME! Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Ich fand's irgendwie ziemlich witzig. Und ich würde sagen... Keep on happy playing!